Ja, das überlege ich mir, ob ich dir da noch was vergeben habe, in diesem Moment. Unser Chef so ganz dezent, ein Lübchen unter dem Hemd. Aber ich bin ja eigentlich erst hier unten so richtig verkleidet. So, das ist mit der Hinte. Das ist ein Weißabgleich. Ja. Ich will zeigen, wie lustig du Weiberfasnacht bist. Wir sollen eine Vorgabe machen, eine Sorgkonzeption, die man allen zuleiten. Ja, das ist angesehen. Noch mal ein Bärtchen ankleben. Das ist ein Momentaufnahme. Ja, ich lacht, dass wir eine Momentaufnahme haben. Das ist eine Momentaufnahme. Das ist ein Momentaufnahme. Ja, das ist ein Momentaufnahme. Das ist ein Momentaufnahme. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich muss jetzt hier nochmal vorbei. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ja, das ist ein Momentaufnahme. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Wo sind die Bälle? Der Gorko? Muffelskopf, 11 Mark 11 kostet das. Deine Ringelhemsen, komm Mari. 11 Mark 11. Und mal ohne Brille. Guck mal, das ist mal eine Nahaufnahme. Am besten so Tuna zu oben. Sieht ziemlich natürlich aus. Ich hätte kaum gemerkt, dass er verkleidet ist. Aber wer das hier ist? Die Veteranen sind das da. Mit den braunen Haaren. Oh, noch nehmen Sie doch mal Ihre Maske ab. Maske? Hä? Äh, was? Möchten Sie vielleicht noch nehmen? Was essen Sie da mit Ihnen? Nein, nein, nein. Das fand ich auch schön. Hier, der klinische Pfennstelle ist. Wow. Was nehmen Sie das? Was sind die 30 Minuten, wenn Sie meine Nejluft haben. Was? Was nehmen Sie um Hertz? Einmal Sie sich. Was ist die 30 Minuten? Was sagen Sie? Wenn Sie da sind, würde ich eigentlich sagen, Da kommen wir dann noch nicht, jetzt sind die Arbeit mit, halb neun. Anscheinend gilt es nicht, egal, ich halb acht oder noch. Hast doch zwei Hände, Hubert. Viele Klamotten sind da drin. Das ist doch wirklich was, hm? Oh, die Gläserfalle waren ganz zufrieden. Der Römer Harry, der hatte ein Loch im Schiff. Da wollte er nicht mehr als Römer, oder? Mit der Ruth Du mit brauchst sie mich, dann ist das so j premièremente schlappend und ist auf der Schlag.